Bei der Gestaltung deiner Projekt-Webseite, Flyern oder auch Infomaterialien für Workshops und Vorträge kommt oft der Moment, in dem man sich im Internet auf die Suche nach passendem Material und Informationen macht. Denn das Internet ist ja bekanntlich voll von Fotos, Videos, Musik, Games, Texten, Datenbanken und und und. Technisch ist es nicht schwer, den ganzen Content herunterzuladen und für eigene Projekte zu nutzen. Allerdings gibt es das Urheberrecht, was besagt, dass die Person, die ein Werk schafft, also zum Beispiel einen Text schreibt, ein Video oder Musik produziert, das Urheberrecht an diesem Werk hat und somit bestimmen darf, wie es verwendet wird. Für urheberrechtlich geschützte Werke musst du in der Regel bezahlen, es sei denn, du vereinbarst mit dem Urheber oder der Urheberin, dass du das Werk nutzen darfst. Viel einfacher geht das aber mit freien Lizenzen, wie zum Beispiel den Creative Commons Lizenzen. Creative Commons ist eine internationale Organisation, die sich weltweit für freie Inhalte und das Teilen von Werken und Wissen einsetzt. Wenn ein Urheber oder eine Urheberin ihr Werk unter eine der Creative Commons Lizenzen stellt, bleibt die Urheberschaft zwar erhalten, aber du kannst das Werk unter bestimmten Bedingungen verwenden und sogar verändern und weitergeben. Damit können auch Menschen, die kein Geld für den Kauf von Nutzungsrechten haben, fremde Inhalte nutzen, damit arbeiten und lernen. Die kreative Verwendung und Gestaltung von Content wird damit gefördert, weil viele Menschen weltweit ihre Werke miteinander teilen, mixen und umgestalten. Damit ist im Internet eine echte Remix-Kultur entstanden. In diesem Video erklären wir dir, wie du CC-Content richtig verwendest, also welche CC-Lizenzen es gibt, wo du CC-Content überhaupt findest und was du bei der Verwendung bzw. Veröffentlichung beachten musst. Auf der Creative Commons Webseite www.creativecommons.org findest du die unterschiedlichen CC-Lizenzen und ihre Nutzungsbedingungen. Wir erläutern dir hier die wichtigsten. Die einfachste Lizenz ist CC0. Content, der unter CC0 lizenziert ist, kannst du nutzen, verändern, verbreiten und aufhören, unter 0 Bedingungen. Selbst wenn du damit Geld verdienst. Aber wie sieht so eine Lizenz eigentlich aus? Am Anfang steht immer CC. Das ist sozusagen die Lizenzfamilie. Darüber hinaus werden in einer Art Baukastensystem vier Bedingungen definiert, die in verschiedenen Kombinationen in sechs CC-Lizenzen benutzt werden. Die vier Bedingungen sind Namensnennung, keine Bearbeitung, nicht kommerzielle Nutzung und Weitergabe unter der gleichen Bedingung. Die Namensnennung des Urhebers, der Urheberin, ist immer eine Bedingung. Deshalb folgt auf CC immer Buy. Werke unter einfacher CC-Buy-Lizenz darfst du wie CC0 verwenden, musst aber den Namen des Urhebers, der Urheberin und die Lizenz nennen sowie einen Link zu den Lizenzbestimmungen bereitstellen. Das sieht in der Lizenzangabe bei einem Foto dann zum Beispiel so aus. Ich habe hier den Urheber des Fotos mit der Quelle im Internet verlinkt und die Lizenzangabe mit der Lizenzbeschreibung auf der Creative Commons Webseite. Wenn du das Foto aber veränderst, musst du das in der Lizenzangabe mit nennen. Zum Beispiel so. 4.0 bezeichnet übrigens die aktuelle Version der Lizenzbestimmungen. Das kann sich aber auch ändern. Daher solltest du dich immer über die Bedingungen der aktuellen Version informieren, bevor du Content verwendest. Zurück zu den Bedingungen. CC-Buy-SA, also Share-Alike, hat zusätzlich die Bedingung, dass dein Werk unter die gleiche Lizenz gestellt werden muss und somit auch von anderen weiterverwendet werden kann. Mit der CC-Buy-NC-Lizenz darfst du Content kopieren, verändern und weiterverbreiten, allerdings nicht für kommerzielle Zwecke. Die Namens- und Lizenznennung gilt wie bei allen anderen Lizenzen. Das Gleichheitszeichen in der CC-Buy-ND-Lizenz zeigt dir an, dass du das Werk nicht verändern, sondern nur kopieren und weiterverbreiten darfst, auch zu kommerziellen Zwecken. Die verschiedenen Bedingungen tauchen in unterschiedlichen Kombinationen auf. Da musst du also ganz genau hinschauen, was du mit welchen Inhalten und Medien machen darfst. CC-Content ist im Internet ziemlich verbreitet und es gibt dafür einige Suchmaschinen oder Suchmaschinenfilter. Auf der Creative Commons Webseite sind unter Search the Commons Suchmaschinen aufgelistet. Hier gibst du einen Suchbegriff ein und klickst auf die jeweilige Plattform. In der Suche wird dann nur CC-Content herausgefiltert und dir auf der jeweiligen Webseite angezeigt. Wikimedia Commons gehört, wie die Wikipedia, zur Wikimedia-Familie und ist eine Plattform für freie Bilder, Sounds und Videos. Du wählst hier zuerst das gesuchte Medium aus und kannst dann nach Unterkategorien suchen oder direkt einen Suchbegriff in das Suchfeld eintippen. Wenn du ein Bild auswählst, siehst du unten in der Beschreibung Informationen und die Herkunft des Bildes, wie auch die Lizenz und Lizenzbedingungen. Unter Download kannst du die Bildgröße auswählen und das Bild herunterladen. Im Download-Fenster siehst du unter Attribution die korrekte Angabe der Lizenz, die du kopieren kannst. Der Name des Urhebers und des Werkes, die Lizenz und der Link zur Lizenz. Eine andere Suchmaschine bzw. Plattform für Fotos ist Flickr. Auf www.flickr.com kannst du ganz einfach nach Bildern suchen und in den Suchergebnissen hier oben nach Lizenz filtern. Auch hier siehst du unterhalb des Bildes den Namen des Urhebers und die Lizenz als Link zur Creative Commons Webseite. Ganz ähnlich funktioniert Pixabay als Bildersuchmaschine. Oder du filterst ganz einfach in der Google-Bildersuche nach Lizenzen, indem du hier unter Tools auf Nutzungsrechte klickst und deine gewünschte Lizenz auswählst. Wenn du ein Bild gefunden hast, solltest du trotzdem immer noch mal die Quelle checken, um ganz sicher zu gehen, dass das Bild unter einer freien Lizenz steht. Wenn du freie Musik suchst, kannst du dich bei bandsound.com umschauen. Dort gibt es Musik, die unter CC BY ND lizenziert ist. Alle Tracks, die mit dem schwarzen Download-Button gekennzeichnet sind, kannst du mit der Angabe der Plattform für deine Multimedia-Projekte verwenden. Aber Vorsicht! Weil sich die Nutzungsbedingungen der einzelnen Plattformen immer ändern können, solltest du vor der Verwendung sicherheitshalber immer noch mal nachlesen. Die Musik von Bandsound darfst du leider nicht remixen. Wenn du selber kreativ werden willst, ist die Plattform ccmixter.org eine gute Alternative. Hier findest du vor allem Samples und Remixes, die du selbst wiederum zusammenstellen und remixen kannst. Die Lizenz der Samples siehst du beim Downloaden des Tracks. Auch bei YouTube kannst du die Suchergebnisse nach Creative Commons filtern. Unterhalb des Videos sollte dann die genaue Lizenz angegeben sein, unter der du das Video verwenden darfst. Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten im Internet CC-Content für deine Projekte zu finden. Wichtig ist dabei nur, dass du die Lizenzbedingungen beachtest und die Lizenzen richtig angibst. Außerdem solltest du von Zeit zu Zeit immer mal überprüfen, ob die Lizenz noch aktuell ist. Und noch ein letzter Tipp. Die CC-Lizenzen betreffen nur das Urheberrecht. Es gibt aber auch noch andere Rechte, die je nach Werk eine Rolle spielen. Zum Beispiel das Recht am eigenen Bild oder auch das Markenrecht von Firmen. Das solltest du vor der Verwendung immer prüfen. Und dann wünschen wir dir viel Spaß beim Gestalten und Remixen.